Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce. Wie ich erwartet hatte, sind die Herren nicht einfach stehen geblieben, sondern die gehen jetzt straight durch. Das heißt, wir gehen direkt mal hinterher. Ich weiß nicht, warum die jetzt zurückgehen. Aber egal. Dann wird dieses kleine Lager hier kaputt gemacht. Was geht denn jetzt hin? Ach da. So. Wir können mal hier helfen, bevor die Typen schon tot sind, bevor sie ankommen. Ich denke aber, da werde ich nichts zu befürchten haben. Ich gehe davon aus, dass die beiden nicht eher daneben stehen. Während die da alles machen. Wobei ich das Gefühl habe, dass jetzt schon einer von denen gestorben ist. die Rune befiehlt wird sofort ausgeführt. Dann geht mal auf die Hütte, damit keine mehr nachkommen. Und los! Zum Angriff! Zum Angriff! Oh Gott, die sind alle tot! Oh Gott, die sind alle tot! Oh Gott, die sind alle tot! 3 3 2 1 1 3 2 2 1 2 3 das Haus zerstören, während die die ablenken. Brauchen wir mehr Leute. Die Männer sind tot. Die denkt sich bestimmt auch, was? Ja, es tut uns leid. Ja, dann holen wir noch ein paar mehr Leute. 5, 6. Seht zu, dass ihr diesmal bis zur Torfeste durchkommt. Aber er steht immer noch da hinten. Wir gehen mal zu ihm. Das ist ein etwas langsam. Das ist ja nichts für mich. Also wenn die da die ganze Zeit so hinterher schleichen... Das ist ja absolut nichts für mich. Das möchte er mir ja helfen. Leider nicht. Ja, ihr seid es. Berichtet mir von euren neuesten Abenteuern. Und denkt daran, einen Blick auf unser Angebot zu helfen. Oh, come on! Come on, come on, come on! Wahrscheinlich werde ich dabei noch eine Truppe opfern. Das ist irgendwie von aus. Der Anführer ist auch immer noch nicht tot. Das ärgert mich eigentlich am meisten. Und der wird ja... Der kommt ja nicht nach. Pass doch den auf. Wenn ich jetzt eine Heilerin hätte, wäre das toll. Dann kann ich die Leute die ganze Zeit hochheilen. Das geht aber leider nicht. ganz schnell drauf da fällt einer nach der wandern das sieht nicht gut aus das könnte ganz knapp werden weg hier, weg hier, weg hier, weg hier ok ich wusste es, ein team noch, ein team auf jeden fall die helfen, ehrlich, wenn die jetzt nicht sagt, ne vergiss es du bist zu low, du kriegst nichts mehr dann würde mich das nicht wundern das würde mich echt nicht mehr wundern, aber ich hoffe es nicht, dass sie das tut ist so blöd, dass die Kämpfer jetzt wieder so hinschleichen ich skipp das jetzt mal etwas schneller weil das hat man ja schon sie ist sauer sie hat ihre männer getötet aber, naja sie sind schmunter halt immer jetzt sind sie so schnell und dann gleich sind sie wieder mega langsam aber das kriegen wir jetzt hin das ist jetzt ein paar minuten gemacht ihr seid ein bisschen zu schnell die schleichen hier hinterher, leute stellt euch mal hier hin ja, hier könnt ihr euch auch einstellen dann warten wir ganz glücklich auf die Herren die hier so hinterher schleichen kommt doch alle noch mit dazu dann sind wir mehr Händler Händler Händlerin Lillard kriegt ein bisschen die Lillard aber ok bisschen schneller könnten die aber echt sein wo ist denn euer Kampfgeist? ich muss das einstürzen ganz schnell öl ok ich bin jetzt auf Kopf auf mein Zeichen zum angriff auf mein Kommando in die Schuhe ich bin auf Kopf Oh, Gott, hat einiges zu bieten. Das wird unsere Arbeit definitiv leichter machen. Wir gehen jetzt zurück, wir gehen auch zurück. Wir sprechen mit ihr, holen uns eventuell noch Männer, wenn es uns jetzt noch mehr gibt. Das ist ja nice. Wer ist er dann? Ach, wir können nur ihn oder ihn. Ach, aber er ist Stufe 2, das ist ja schon mal gut. Wundepriesterin Thalia, die kenne ich tatsächlich, die hatte ich schon mal. Wundepriesterin Thalia. Kann man die denn einsetzen? Die anscheinend nicht. Das ist nämlich, soweit ich weiß, eine Heilerin. Ich weiß jetzt so nicht, wo man das einsetzt. Jetzt muss ich die vielleicht öffnen. Ein bisschen kurz schon wieder. Ach Gott, steht da oben. Ach, kein Problem. Das kriegen wir auch noch raus. Da gucke ich mal, wie das mit den Ruhentafeln ist. So. Ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal auch nochmal Schluss machen. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.